James, Gordon und Henry beobachteten, wie Duck seine Arbeit erledigte. Er ist offenbar eine einfache Lokomotive. Jetzt machen wir uns einen Spaß und ärgern ihn ein wenig. Alles war voller Rauch. Der dicke Kontrolleur freute sich schon auf sein schönes Toastbrot und Tee zu Hause. Bald hörte er ein ganz ungewöhnliches Geräusch. So was, sagte er und eilte auf den Rangierbahnhof.